Hallo Römerdeben, Freunde, was geht? Payday ist, beziehungsweise war, kostenlos zum Download bereit auf Steam. Und ja, ich bin das mit einem Kumpel und mit André momentan ziemlich am Suchten. Und ich habe währenddessen einfach mal ein bisschen was aufgenommen. Deswegen kommt ein bisschen Payday 2 die nächste Zeit, wahrscheinlich. Also ich habe ein paar, ein paar mehr Videos. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis dann. Alter, ist doch keine Diegel mehr, ey. Kamera. Ja. Alter, Vater. Also in der Garage ist bisher einer. Zwei. Zwei in der Garage. Einer geht weg, einer geht weg. Wer finde ich da? Okay, aber der hier sieht mich jetzt. Aber wir können die beiden an sich killen. Ist ja jetzt nur einer oder zwei drin. Wüsste ich nicht. Einer. Sehr gut. Ne, ich... Weißt du, wie viele sind denn das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht, neun, zehn sind es nur. Hä, wieso hast du jetzt... Wieso wurde so ein Deck? Weil der Typ mich gesehen hat. Ach, geil, ich bin wieder gut. Trottel. Was denn? Kann ich ja nichts für. Hast du Vorteile gemacht? Aaaaaah! Da ist schon wieder einer. Ich... Alle direkt um die Ecke. Wir können hier rein. Du gehst linken lang, ich rechts lang. Okay, du gehst raus. Alles klar. Ich hab die Baupläne. Und ein Schlüssel. Irgendein Schlüssel hab ich aufgehoben. Wofür ist der Schlüssel? Ich bin gerade noch ein bisschen verbufft, verbufft, ne? Wir haben das echt gut gemacht. Hier ist ein Bohrer auf. Also ich hab ein Bohrer rein gemacht. Lass mal unten hingehen. Die Kettensäge, bitte. Ich hoffe halt, wir haben... Wirklich. Alle. Wie viel hast du geöffnet? Eins, zwei, drei, vier. Weißt du was? Ich schmeiß die jetzt einfach wieder. Alle. Einmal Geld hast du weggebracht, ne? Zweimal Geld? Nee. Also genommen nur, ja. Also du musst dich wegbringen, ja. Ach geil. Oh, geil. Ach ja. Das ist der Kettensäge. Als ob ich dagegen gerannt bin. Was? Ich hasse diese verdammten Elektrozaun. Ich glaub, ich hab zwei Magazin nur durch diesen Elektrozaun leergeschossen. Nice. Jetzt noch den zweiten Tag, ne? Ist das Border-Liker-mäßig? Ah! Was ist das? Und ich glaub, das können wir Ausgleich machen. Scheiße! Können wir nochmal neu starten? Wieso? Ich hab gleich eine Tasche mit. Ich brauch das andere. Brauchst du unbedingt? Bestimmt. Ja, wir können da mal reingucken. Ja, ich wollt grad sagen, das doch einfach mal machen. Vielleicht schaffen wir das auch ohne. Ja, du hast... Du willst ECM, ne? DMC? ECM? Ja, weil ich doppel und alle aufmachen kann an sich. Ja, weil ich schon alleine begib dich in den Serverraum, weißt du? Ja. Was ist... Wieso steht hier... Wieso ist hier ein Kühlschrank? Ein... Kaputter Basketball. Der hat irgendwie ein Loch abbekommen. Ich weiß nicht warum. Ich hab ihn. Ah. Das war nur, um die Jalousien runterzumachen. Alles klar. Doch, nicht in den Serverraum? Nee, aber ich hab das Rollo runtermachen können mit dem Code. Das wird in diesem Raum relativ safe. Ich nehm alles zurück mit, wir sind hier safe in dem Raum, weil hier kommt hier keiner rein. Ich nehm das zurück. Scheiße. Was? Der Boy da. Der hat mich fast gesehen. André, hier ist ein Heimkino. Wollen wir filmen gucken? Nee, aber lass doch Eishockey spielen, guck mal. Hier. Oh ja. Ich bin ne Pflanze. Hey, wo bist du? Hä? Was? Hä? 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 Das ist ein Boxen, Alter. Wie lange braucht das Ding noch? Ach. Okay, kannst du? Er geht in den Raum. Ich kill ihn. Ja, los mal. Ja, das Fenster. Warte mal kurz. Das heißt, äh... Ey, du bist aber auch ein Lapp, ne? Ich will zum Ba-o-o-um. Ich bin drin. Ich auch. Ich bin hinter dir, Alter. Moment. Wuppa! Wir sind in der Ecke. Ah, ich fass sie. Komm nicht rein, du willst nicht reinkommen. Ha! Ich hab das Runeau runtergemacht. Maxi! Ah, okay, das war's. Sag einfach schnell Bescheid. Aber hier ist auch... Ah! Helf mir! Oder so, weißt du? Yo! Den nehm ich hier Sandwich, Digga. Geil. Ich will mitmachen. Erstmal Rollo runtermachen. Ich hab hier halt noch so einen Raum. Ich weiß nicht, ob hier... Ja, hier kommen Wachen rein. Alles klar. Ich bin gerade... Ich bin gerade... ...drin. Ich spiel gerade mit meinem Handy rum. WUAH! Wenn du das verkackst, ne? Ich schlitze dich auf. Pass auf, da kommt einer. Ich seh nur dieses hüpfende Fragezeichen da unten. Oh, lol. Jetzt müssen wir hin und her dackeln. Ah! Was? Ich hab hier ganz viele Prototypen. Ja, ich auch. Und wir müssen jetzt herausfinden, welcher richtige ist. Ich hab jetzt irgendeinen genommen hier. Ich hab Motor 7 genommen. Ja, also ich... Hier sind ja... Ich hab jetzt alle unten hingeschmissen. Vielleicht hab ich auch den richtigen schon. Ja, ich weiter... ...bring den wenigstens einmal weg. Und dann zu gucken, ob das der richtige ist. Bitte lass es der richtige sein, Alter. Haben wir noch ein paar von uns, ne? So viel Muni hab ich locker nicht. Alter, wie ich die alle wohnen entnehmen, Alter! Ja, ich bin da! guck 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 Giiers! Guck! Richtig gutes Geld, Al! Richtig nice! Outrope pontos. Ho! Ep, Alter! lol! Ich hab 25 Kontenente points jetzt, Alter! Ich hab nur noch einen. Ich hab auch welche eingetreten für meine Deal. Ich... Ich.. Ich geh mal ganz kurz mit'n Thüslein machen, ne? Oder... Oder ne Bananas Aument. Ow, ja... Ich geh mal rauchen gleich. Metalalalalala!